Hallo, ich bin der Sebastian. Herzlich willkommen zu meinem Impuls, digital kommunizieren und kooperieren im schulischen Kontext. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn man in die Welt nach draußen schaut, wird definitiv nicht mehr nur analog kommuniziert und kooperiert. Social Media haben unsere komplette Kommunikation verändert. Die Schüler bewegen sich auf diesen Plattformen, aber auch die Lehrer, die Erwachsenen kommunizieren auf vielfältige Art und Weisen. Und man muss sich als Schule die Frage stellen, Wird Schule dieser veränderten Situation auch im Unterricht gerecht? Nutzt Schule ähnliche Mittel, um sich selbst weiterzuentwickeln? Und die viel wichtigere Frage, bereitet Schule auf diese veränderte Kommunikations- und Kooperationswelt in Lebenswelt, aber auch in der Berufswelt vor? Das sind Fragen, die sich die Schulen stellen müssen und darum dreht sich es auch in den nächsten Minuten. In der Arbeitswelt hat sich dank der Digitalisierung in den letzten Jahren sehr viel verändert. Arbeit 2.0, 3.0, 4.0, wie man es auch immer nennt. Aber es ist eben nicht mehr notwendig, dass alle in einem Büro sitzen. Sie können von Wien und München zusammenarbeiten. Sie können tatsächlich zusammenarbeiten, obwohl sie sich noch nie im realen Leben gesehen haben. Sie haben mehrere Kanäle, wo sie sich gegenseitig Materialien zuschieben können, Materialien verwalten können und damit auch produktiv asynchron arbeiten können. Eine moderne Berufswelt bedeutet auch, dass man am Laptop arbeitet. Bedeutet, dass man von unterwegs arbeiten kann und das eröffnet ganz viele neue Potenziale bezüglich Effizienz, aber auch Produktivität. Und da ist die Frage, wie weit kann denn die Schule hiervon landen? Können wir nicht auch ähnliche Strukturen übernehmen bzw. müssen wir nicht auch dafür sorgen, dass solche Strukturen erlernt werden, damit sie später in der Berufswelt auch angewendet werden können? Müssen wir Schüler nicht genau auf diese Berufswelt vorbereiten? Große Gefahr besteht natürlich darin, dass wir sie unternehmensbasiert vorbereiten. Das darf nicht passieren, aber vielleicht braucht es eben in der heutigen Berufswelt andere Kompetenzen als das, was aktuell noch in Lehrplänen drinsteckt. In der Corona-Krise ist es tatsächlich manchen Unternehmen sehr leicht gefallen, auf Homeoffice umzustellen. Laptop mit nach Hause und los geht's. Zusammenarbeiten, obwohl jeder zu Hause sitzt. Da haben sich manche Schulen schon etwas schwerer getan, weil auch dort Strukturen fehlen, die digitale Kommunikation und Kooperation ermöglichen, die ein Zusammenarbeiten von zu Hause ermöglichen. Und damit meine ich nicht in erster Linie das Unterrichten von Schülern oder das Zusammenarbeiten mit Schülern, sondern natürlich auch das Zusammenarbeiten unter Lehrkräften. Ist Schule wirklich so gestaltet, dass Kooperation unter Lehrkräften stattfindet? Frägt man bei Lehrern nach, wie denn das Lernen der Schülerinnen am besten gelingen kann, dann kommen ganz oft kooperative Elemente zum Tragen. Sozialformen wie Partnerarbeit, ein gemeinsames Diskutieren und Auskarten von Werten und Normen bzw. ein gemeinsames drüber reden, das dann den Klick bringt, das dann das Verständnis bringt. Aber hier geht es oft weit auseinander. Beim persönlichen Lernen unter Lehrern, da wird die Kooperation eher seltener angewendet. Wenn Lehrer miteinander kommunizieren, dann geht es häufig um das dreckige Schirr im Lehrerzimmer, dann geht es häufig um Smalltalk in der 5 Minuten Pause, dann geht es um die Missstände, warum das und das nicht funktioniert und was alles gerade miserabel läuft, dann gibt es ganz häufig Gespräche über Schüler, die kurz in 1-2 Minuten geklärt werden müssen, weil man auch keine Zeit mehr dazu hat. Man hat 5-10 Minuten Pause und versucht dort zu kommunizieren, was eigentlich von langer Hand geplant werden soll. Denn Schulentwicklung sollte größere Themenfelder beackern und sollte auch mehr Ressourcen dafür bekommen. Und das ist das Problem. Im synchronen Zusammenarbeiten am Schulalltag haben wir das Problem, dass wir keine Zeit für irgendetwas haben. Das geht mir genauso. Man ist häufig am Limit und kommt nicht weiter. Das ist aber ein Kernproblem. Denn wenn wir Schule weiterentwickeln wollen, wenn wir als Lehrer weiterlernen wollen, dann müssen wir kooperativ an die ganze Geschichte rangehen und müssen schauen, dass wir Platz und Zeit für Lehrer-Kooperationen haben. Echte kooperative Elemente, die nicht nur an einem pädagogischen Tag im Jahr angewendet werden, hätten so viele tolle Auswirkungen. Denn eine kooperative Schule ist ein gutes Vorbild für kooperative Schüler. Das, was man durch Kooperation selbst erlebt, gibt man gerne auch an andere Schüler weiter. Das würde die Demokratisierung in unserem Land deutlich voranbringen, wenn Schüler lernen von kooperativen Lehrern. Des Weiteren hätte es aber auch ganz viele effiziente Möglichkeiten. Denn das, was in der Schule momentan an Verwaltungsarbeit anfällt, das ist eigentlich mit Worten nicht zu beschreiben. Warum alles in einen Klassenbuch führen? Warum Raumreservierungen, Tablet-Reservierungen auf die eine Liste und dann wieder auf die andere Liste setzen? Warum einen Kalender handschriftlich führen? Warum auf einer anderen Liste To-Dos abhaken? Warum den Vertretungsplan alle zehn Minuten ausdrucken? Das alles könnte man digital abbilden und wäre somit in einer App und in einer Hand datenschutzrechtlich konform. Hier braucht Schule Plattformen. Hier braucht Schule Rahmen zur Kooperation, damit Verwaltungsarbeit weniger wird und das unterrichtliche Zusammenarbeiten, das schulentwicklerische Zusammenarbeiten besser unterstützt werden kann und dafür auch mehr Zeit bleibt. Die Anforderungen der Gesellschaft an Schule und Lehrer steigen stetig. Immer wieder kommen neue Aufgaben in die Schule hinein. Inklusion, Digitalisierung, die Corona-Krise, wo man jetzt plötzlich zu Hause unterrichten soll, eine Schülerlandschaft, die immer heterogener wird. All das hat zur Folge, dass die Arbeitsaufträge an Lehrer immer größer und immer vielfältiger werden. Hier brauchen wir, glaube ich, zu unserer eigenen Entschleunigung deutliche, effizientere Maßnahmen zur Kooperation. Dafür müssen wir schauen, dass wir Verwaltungsaufgaben abgeben und miteinander zusammenarbeiten, damit wir nicht jede einzelne Aufgabe eigens verantwortlich gemacht werden. Unterrichtsgestaltung ist eine Baustelle, die wir beheben könnten. Es muss doch nicht jeder Lehrer jeden Inhalt selbst erstellen. Wir könnten uns doch die Arbeit aufteilen. Wir haben das vor drei Jahren an unserer Schule gemacht. Wir haben mit mehreren Lehrern unterschiedlich Content erstellt und ihn gegenseitig ausgetauscht und geteilt. Digital erstellt, digital für die Schüler zur Verfügung gestellt. Aber wir haben uns eine Partnerschule gesucht. 300 Kilometer entfernt. Digital kommunizieren und kooperieren über 300 Kilometer Entfernung. Aber wir haben uns die Materialien aufgeteilt und haben mit den Materialien an zwei Schulen unterschiedlich arbeiten können oder eben identisch arbeiten können. Je nachdem, was wer für seinen Unterricht dann am Schluss noch verwendet hat. Mittlerweile sind wir sieben Schulen und 36 Lehrer und erstellen gemeinsam Content, obwohl wir uns teilweise noch gar nie im realen Leben gesehen haben. Denn das lernen wir mittlerweile. Wir lernen uns zu ertragen. Wir erlernen uns, unsere Unterrichtsstile zu ertragen. Wir lernen, den Content von anderen zu ertragen. Und wir passen es an. Wir nehmen das, was für uns passend ist und lassen das weg, was für uns nicht passend ist. Wir gehen in den Austausch. Was ist guter Unterricht? Wir halten fest, was es sind für Probleme, die auftauchen. Wir tauschen uns aus virtuell in regelmäßigen Meetings. Aber wir profitieren eben auch davon, dass wir sehen, was bei anderen möglich ist und geben nicht immer denselben Einheitsbrei weiter. Das entlastet uns so dermaßen. Ich muss nur noch ein Kapitel pro Jahr vorbereiten und bekomme den Rest zuverlässig zur Verfügung gestellt. Das hat aber nicht nur Auswirkungen auf die Unterrichtsentwicklung. Das entlastet in einem hohen Maße. Auch während der Corona-Krise Material, das digital zur Verfügung gestellt ist, kann ich meinen Schülern zuspielen. Ich kann mich um die Kommunikation mit den Schülern kümmern. Und gleichzeitig wird mir bewusst, was alles kooperativ möglich ist. Im Tun, im Kooperieren mit anderen Lehrkräften weiß ich, es wird am besten gelernt, wenn man es zusammen macht. In den sozialen Medien treffen sich mittlerweile auch sehr viele Lehrer im Twitter-Lehrerzimmer, im Insta-Lehrerzimmer oder auf Facebook und tauschen sich dort aus. Das ist etwas, das viel Wert bringt, das den Horizont erweitert, das Outside the Box denken lässt, das persönliche Entwicklung voranbringt. Und Schulentwicklung sollte genau das aufgreifen. Ein Working Out Loud. Jeder trägt dazu bei. Nicht der eine hält einen Vortrag von einer Stunde, sondern jeder erzählt, was möglich und machbar ist. Denn zum Beispiel in der jetzigen Krise sind auch ganz viele tolle Projekte entstanden an Schulen. Lehrer haben sich richtig reingehängt und tollen Unterricht gestaltet. Diese Erfahrungen und Ideen gilt es jetzt zusammenzutragen. Es gilt, viele Leute laut sprechen zu lassen. Fortbildungsmaßnahmen so zu gestalten, dass möglichst viele zu Wort kommen, weil man von möglichst vielen ganz viel lernen kann. Deswegen auch eine tolle Initiative von diesem Barcamp, dass man ganz viel hören und lesen kann. Aber es geht natürlich eine Aufgabe einher. Man muss lesen und zuhören können und dann auch seinen Teil dazu beitragen. Aber solche Strukturen brauchen Schulen, solche Strukturen brauchen Fortbildungsmaßnahmen. Ich habe jetzt bewusst in meinem Impuls darauf verzichtet, ihnen Tools zu zeigen oder Möglichkeiten aufzuzeigen. Denn tatsächlich finde ich, dass man in einer Kultur der Digitalität sich selbst auf den Weg machen muss und man wird etwas finden. Es gibt so viele Plattformen zu kommunizieren und zu kooperieren. Nicht nur für den unterrichtlichen Zweck in Verbindung mit Schülern, sondern natürlich auch in Zusammenarbeit mit den Lehrern und mit den Kollegen, auch über die eigenen Schulgrenzen hinaus. Machen Sie sich auf den Weg, probieren Sie da etwas aus. Das wird das asynchrone Zusammenarbeiten fördern. Man muss nicht mehr warten, bis man fünf Minuten Zeit hat, in einer Lehrerkonferenz zusammenzukommen, sondern man kann sich auch dann treffen, wenn es notwendig ist. Man kann sich dann über Unterricht unterhalten, wenn es einem gerade hereinpasst. Wir müssen uns der aktuellen Begebenheiten mehr auf den Weg machen, damit wir nicht nur die Schüler, sondern auch die Schule professionalisieren können. Die Schüler müssen auf eine Lebenswelt und Berufswelt vorbereitet werden, die anders ist und Schule braucht eine Professionalisierung. Und das können wir gemeinsam bewerkstelligen. Da können wir nicht warten, bis von oben jemand sagt, wie so etwas geht, weil es da viel zu viele Möglichkeiten gibt, die einfach nur genutzt werden müssen. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid immer noch dabei. Jetzt freue ich mich auf eure Ideen, Kommunikation und Kooperation voranzutreiben. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Darauf freue ich mich in der Diskussionsrunde. Tschüss!